Du musst die von hinten angreifen, da wo du das orangene Fleisch siehst, dann sind die verletzbar. Jaaa... Ist sowas so einfach. Boot. Du mein Gott. Jawoll! Diese Viecher hier sind übrigens quasi nur Würmer. Das ist nichts weiter. Die haben eigentlich keine Gliedmaße. Ähm, ih. Und weiter. Lungenkrebs. Du hast Augen-Aids. Das auch. Tja, scheiße. Wir haben keinen Flieger mehr, wa? Was für eine Ströcke, um die Evakuierung anzufordern? Was ist das denn für Zeichen auf der Tastatur? Jaaa... Weil... Ach... Schicke einen Evakuierungstransporter. Jaaa... 1 Alpha 3 an Kommando. Die Allianz nagelt uns auf dem Dach fest. Brauchen sofort Hilfe. Übertrage Koordinaten. Ober. Verstanden. 1 Alpha 3. Noble 6, geh zu der Position und hilf den Soldaten. Jaaa... Gib uns mal endlich... Aha... Da. Hallo? Hallo? Hier? Ja... Ich fahre! So, steige ein. Ich fahre! Ich fahre! Ja, los geht's! Ios ist gleich. Ich bin einmal offen. Alles gesichert. Ja, minus alles. Wow! Nicht bewegen. Alter, das passt doch auch wie angeworfen gerade. Nicht bewegen, ja? Hallo, ich will da rein. Mayday, Mayday! Sieben Delta 1-9 an alle UNSC-Truppen! Wie ist Ihr Status, 1-9? Wir haben den Sender gefunden, stehen aber außer Beschuss! Wir brauchen sofort Verstärkung! Sanofia-Zentrum! Sind Sie noch da, 1-9? Sieben Delta 1-9! Hören Sie mich! 6, hilf den Soldaten, wenn du kannst. Aber schalte auf jeden Fall den Sender aus. Das ist der letzte Sender, 6. Du hast es fast geschafft. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 0, 9, 100, 4, 6, 4, 6. Ach Gott! Stehst du gerade random auf Häuser? Nein. Auch wenn ich sowas häufiger in meinem echten Leben mache, mache ich das hier jetzt nicht. Bei Munition und so. Wie am, äh... Ah ne, das sage ich dir aber nicht. Bis das Video gesperrt wird. Ja! Du näherst dich dem Ziel, 6. Achte auf Feindbeschuss! Ja! 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 Ja, ich bin Grund, customization. Inhalt. Du wirst jetzt sagen als ich einen Party languages Munich. Der Link hat dann mal vor allem, ein paar� Nationen und völlig搭ons Signal. Was tut die Welt, gell? Ne, das ist irgendein Aliengewehr. 6, ich greife auf die Gebäudepläne zu. Im nördlichen Bereich gibt es einen Fahrstuhl. Ja! Ja, du fährst ohne mich. Okay, ich komme dann nach dir, ne? Ja, der andere Fahrstuhl ist jetzt auch nach oben gefahren, du bist doch so ohne mich. Scheiße, der Arsch, ey. Musst du wieder runterfahren? Geil. Das ist ein Fahrstuhlmusik, das ist nicht besser. Das sieht aus wie so eine Halle von einem Endboss, ey. Wir hatten hier gelebt. Sieht aus wie irgendwie, dass hier gleich der Space anfängt, ey. Oh nein, ich ahne Böses. Echt? Dann nehm ich die Worker mit. Deine Mutter ist eine Alternative Route, sag mir doch einfach wo. Oh Gott, das stand aber nicht im Vertrag. Keine Aliens, Mann. Das ist mir zu viel, ich bin weg. Echt, jetzt wir kämpfen gegen Aliens? Die Rebellen waren schon schlimm genug, aber Aliens? Ohne mich, Leute, ich bin weg. Endgült dich weg. Hör zu, egal was du tust, lass dich nicht von ihnen weißen. Ich habe gehört, dass man sonst auch zu einem wird. Das krass an der Situation ist, auch der hat weiter geredet, als er schon Mannsch war. Boah, Junge, Alter. Oh Gott. Ich werde mich so besiegen, wenn ich mir das alles angeschucke, ne? Um loszuschneiden, Alter. Was bist du denn hier für ein Loch? Ja, Loch ist Loch. Wow. Warte.